Herzlich Willkommen zurück bei The Forest Hey, hallo! So, ich muss erstmal wieder was essen Ja, ein bisschen essen Fleisch hinhängen Wieso, wieso, wieso hab ich nen Kopf? Ich muss den Kopf wegwerfen, kann man nen Inventar irgendwie raum wegwerfen? Geh drücken dann Geh Geh Du musst es in die Hand nehmen und geh Ja, wasche, oh, tut mir leid Nicht Kuh Geh, direkt essen So, ich hab jetzt mal was raus reingeben Ha? Ja Ich wollte eh direkt essen Och man, es geht nicht So, jetzt kann ich zum Beispiel auch nicht direkt essen Ich leg für mich auch noch was rein Oh, da ist schon was zu eaten, sehr schön Ey, das ist für mich? Jetzt nicht mehr Hast du aber noch was reingelegt da, ne? Jaja, ich hab noch was reingelegt Gut, gut, den magst du für dich hoffen Ja, aber so viel Fleisch haben wir hier gar nicht mehr, ne? Ja, also, wenn du Tiere siehst, dann lieber mal eins jagen gehen Ja Ich schmeiß mal diesen Stein hier raus, genau Ja, noch sowas trinken Eigentlich hätten wir jetzt die letzte Nacht mal kurz warten sollen Obwohl So, sehr schön Bisschen drücken haben wir noch Ja, genau, das allererste Wart, ich hol mal den Topf wieder raus und hol Wasser Ja Oh, Alter, hier sind schon wieder überall Totems Die wissen, wo wir sind Hey, vielleicht ist das mit den Toten, vielleicht ist das, ähm Die markieren da immer ihr... Ja, so irgendwie so Hey, das sind noch Leute, ne? Die müssen wir noch töten oder so Irgendwie so, ja Ich habe... Da war es vielleicht nicht schlecht immer zu zerstören, weil dann... Verstehe ich nicht Keine Ahnung Aber ich hab vielleicht... Aber wenn wir doch jetzt... Ne, naja, gut, ne Wenn wir jetzt Totems sind, hauen... Lockt das doch dann eher wieder euch an, ne? Ja, ich weiß es nicht Oh, das war... Falscher Bären Ich weiß es wirklich nicht Das würde ich eben gerne herausfinden Beziehungsweise irgendwo online lesen oder so Wisst ihr, wenn ihr das wisst, ne? Vielleicht spielt ihr ja das Spiel auch oder wisst ihr es von noch anderem Let's play Kronko oder so, keine Ahnung Ähm, dann schreibt es bitte in die Kommentare, das wäre Hammer Ja, das wäre echt mal gut zu wissen, was man dagegen machen könnte, um den irgendwie abzuschrecken oder... Ja Ich... Mach einfach mal aus Prinzip verlängere ich jetzt mal die Defensive Fall hier ein bisschen noch, ne? Also wir brauchen noch ein paar Locks Achja, genau, dann tue ich gleich mal Und das halt wieder Stacheldinger, das ging doch eigentlich auch, oder? Ne Stimmt, einfach Stacheldinger Du mach erstmal Mauer und dann vor der Mauer dann die Stacheldinger Ich hoffe nochmal sicher zu gehen Das müsste eigentlich nicht jetzt reichen Das müsste eigentlich reichen Ja, hier schwimmen sogar wir 13 Stück, ok Da schwimmen sogar wir Sollen wir nur die halten, oder soll ich unsere... unsere... unser Haus auch nochmal ein bisschen verlängern? Weil da sind sie auch immer durchgekommen, ne? Ja... Wird richtig schlecht Ja gut, aber das Haus... wir haben jetzt die Mauer, also... Ja, aber wenn die fällt, haben wir hätten wir... hätten wir noch die... das Haus Und wenn das fällt, hätten wir dann theoretisch noch unser Hausboot, aber soweit sind wir ja noch nicht Ah... Weiß ich, ich mag nochmal ein bisschen sicherer machen, so ein klein wenig, so ein bisschen... Weiß das so... Bisschen mehr Platz wäre vielleicht nicht schlecht Das waren halt so leichte Fehler immer irgendwie, so dass der dann plötzlich doch übers Wasser laufen könnte Ja... Überst du... Auf hier kann ich... Also mal... Ja... Machen wir doch nochmal hier so... Machen wir hier nochmal so... Also hier bin ich dann auch sicher, dass sie hier nicht durchkommen Mach du die eine Seite, ich die andere und dann... Ja... Müsste das eh schon gut gehen Dann sind wir schon mal wirklich auf der sicheren Seite, in dem Fall Ja, aber jetzt wo ich die Mauer sehe, ich fühle mich richtig sicher Ja, ich fühle mich auch... Viel sicherer Wenn wir da jetzt noch die Fallen dann davor haben... Ah ja... Ja gut, aber es wurde auch echt Zeit jetzt, weil die wurden nicht stark jetzt... Ja, die wurden wirklich stark und dann waren es echt viele am Schluss, das war wirklich... Ja... Da war eine Mauer dringend nötig Weiß ich, wir haben vielleicht für den Anfang, für die erste Wand haben wir vielleicht ein bisschen übertrieben Wir hätten vielleicht doch erstmal so eine kleine Save machen sollen Ja... Weil ich wollte einfach wirklich genug Platz haben, weißt du... Weil die Location war echt geil und... Da haben wir jetzt wirklich genug Platz, um drinnen noch weiter zu bauen Ich meine, man könnte ja... So... Äh... Stückchenweise nochmal ne Mauer ziehen theoretisch, noch ne kleinere Dann hätten wir drei Schichten, die sicher wären Mussten sie drei Welle durchbrechen, ja... Ja, ist wirklich so... Umso länger brauchen die, weißt du... Ja, ja, klar... Und dann werden wir noch dazwischen ganze Zeit Fallen aufbauen... Und so, ja... Dann werden sie immer schon geschwächt... In die scheiß Baumsteine... Ja, ich auch, ne... Hä? Ich hab doch den Baum genau da gefällt, wo sie die scheiß Dinge... Ja, und dann sind sie plötzlich unten am Strand oder so... Ja... Geht aber gar nicht... So... Ja, dieses dauerhafte Sprinten, das ist... Irgendwie... Wenn man geht, ist es viel zu langsam... Und wenn man sprintet... Geht die Ausdauer so ganz schnell flöten... Ja... Also manchmal musst du einfach ein bisschen gehen, um... Schon zu sparen... Die Ausdauer... So... Ah, das ist wieder Bären, die man essen kann... Ja, aber bald haben wir echt... Ich meine jetzt wirklich... Die Bäume müssen schon ganz schön weit laufen, ne? Ja... Das könnte problematisch werden, ne? Ja, ich weiß nicht... Das ist halt so, ne? Das wird in jedem... Überall, wo wir sind, wird das so sein... Ja, klar... Aber vielleicht haben wir jetzt eine Zeit lang keine Bäume mehr... Äh... fällen... Ich weiß nicht... Das wäre mal interessant, eigentlich... Aber... Ob das dann wirklich passiert... Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen... Weil sonst wären die ersten doch schon längst nachgewachsen, oder? Die vorne... Ich meine, wie lange... Ja, so ganz kleine Dinge... Wachsen sofort nach... Wo man so... Stöcke da... Ja, ja, die sind immer sofort da... Aber ich... Und vielleicht, wenn wir noch ein bisschen länger warten... Dass dann da wirklich Bäume draus wären... Ja, aber wie lang... Ja, aber wie lang... Jetzt schauen wir in echt so ein Baum... Wie lang dauert, dass da so ein Baum wächst? 25 Jahre... Eben... Also... Ich meine ja... Okay, es ist ein Spiel... Aber... Ich glaube schon... Ja, da dauert es vielleicht jetzt wirklich... Sag ich mal... 20 Tage... Oder noch länger... Bis die Baum wieder stehen... Also in-game jetzt... Wir sind jetzt bei Tag 10... Vielleicht... Wer weiß... Oder Tag 11 sind wir jetzt schon, glaube ich... Ich weiß... Das kann man nämlich gar nicht... Schauen wir mal... Wieso... Wieso geht das denn nicht? Das ist eine Ding da in der Mitte... Oh ne... Oh 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 shit... Oh 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 oh... Was? Fuck... Die sind da zippt oder so... Ach du scheiße... Boah leck... Okay... Ich werde jetzt nämlich in die Mauer rein... Ja, mach das mal... Boah krass... Die ist schon praktisch, die Mauer, ne? Dann gehe ich auch mal in Richtung Mauer... Oh... Die sind jetzt grad von der Küste... Und wieder vom Baum da irgendwie hergekommen... Und wieder vom Baum da irgendwie hergekommen... Was ist denn da eine? Das kann ich nicht einsetzen... Und die jetzt weg? Schauen wir einfach den Baum stamm mal... Ich hoffe es einfach mal, dass sie weg sind... Habe ich denn da überhaupt noch Baum? Okay... Okay... Nein... 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 Oh shit... Oh shit... Oh fuck... Oh fuck... Ver... Piss dich... Komm... Ja... Du bist... Verpiss dich... Verpiss dich... Verpiss dich... Du hast es nicht drauf... Bastard... Bastardo... Bastardo... Ja du hast... Du willst... Du willst auch noch was... Komm... Komm... Also wir müssten dann... Wir müssten dann so... Jeder... So... An der Mauer entlang... Vielleicht so ein... Zwei Türme hinbauen, ne? Und auf den Türmen dann so... Voll den Vorrat von Pfeilen... Dann könnte man immer von außen... Ja... Du musst du Sniper-Turm messen... Voll geil man... Ist zwar extrem schwer finde ich... In dem Spiel was zu treffen... Ja... Mit dem Bogen ist es glaube ich... Bissl einfacher... Aber ich weiß nicht... Weil das so... Naja... Keine Ahnung... So... Ich leg da mal die zwei Leichen hin... Ja... Ins Feuer... Weil ich bräuchte... Ich bräuchte echt mal wieder Knochen... Komm jetzt der letzte... Das kann es doch nicht sein... Warum... Jetzt... Hä? Ich krieg das letzte nicht... Ich krieg den letzten da nicht rein... Was denn da für eine Scheiße... Ganz ehrlich... Das geht nicht... Jetzt... Jawoll... Jetzt hat es geklappt... Yes... Also ich bin fertig hier... Ja... Ich brauche noch... Drei... War grad bisschen mit den Kämpfen beschäftigt... Stehen die immer noch rum... Ne... Ah... Die anderen sind abgehauen... Sehr schloch von euch... Jetzt... Jetzt geht es mit der Hunger und Trinkanzeige... Also jetzt habe ich... Am Anfang der Folge... Was getrunken... Und ich bin immer noch... Äh... gegessen... Ich bin immer noch fast voll... Sommer... Komisch irgendwie... Ich glaube das Kämpfen... Fordert echt viel... Glaube ich... Das kann sein... Kämpfen und Holz fällen... Das ist... Ziemlich... Hä... Hier waren doch noch irgendwo die Bäume... Wo sind die... Ach... Unten am Strand... Ja... War ja klar... Also die Knochen sind fertig... Ne... Falls ihr euch gewusst... Ja... Ich versuche grad ein Reh zu erwischen... Bleib ruhig... Bleib ruhig... Hast du einen Teil noch? Ach... Ach da ist ja noch... Da liegt noch eins... Sehr gut... Bleib doch ruhig du Kack Reh... So... Fertig... Ja... Ich habe das Reh erwischt... To-Do-Liste... Explore... Submerged... Cave... Und... Setup... Defenses... Mhm... Ja... Damit... Das haben wir ja jetzt mal erledigt... Ne... Oh nein... Der Baumstamm ist ein Meer... Ach Gott... Hä... Was... Da... So... Ein Lockholder nochmal dann... Ach halt... Falsches... Einen... Ja doch Lockholder... Hey wie es so sieht... Davon so gut anders aus... Äh... Du musst dann nochmal... Baut es... Ist in Ordnung... Was schon... Baut es... Und dann wenn du es gebaut hast... Jetzt musst du dann nochmal R drücken... Ah... Da gibt es immer eine kleine Version und eine große Version... Und ich baue immer gleich die große... Weil die kleinen, die bringt es überhaupt nicht mehr... Ja... Klar... Hammer braucht man Sticks dafür... Soll ich die Sticks das aus diesem Teil da nehmen? Ich weiß nicht... Wie bräuchten wir eigentlich fürs Feuer und so... Das sind unsere Feuerreserven... Ja... Solang es hell ist... Sammeln lieber... Weißt du was ich mein? Ja... Ja... Ich bin zu faul... Halt... Das war nichts... So... Ja... Schau mal ob das funktioniert... Was hast du denn vor? Ja... Was wohl? Sagst du das Hausboot da draußen bauen oder was? Ja... Natürlich... Wo hast du gedacht? Glaubst du mal... Kann man damit fahren? Mit dem Hausboot fahren? Weiß ich nicht... Weil bis wir da das ganze Holz da raus transportiert haben... Das kann ja... Wie magst du das überhaupt da raus? Einer fährt die ganze Zeit oder was? Und der andere hat dann zwei in der Hand oder was? Ja... Hahaha... Da haben wir aber lange zu tun... Ja ich weiß nicht ob man mit dem fahren kann... Das sehen wir ja dann... Ja... Ich glaub's fast irgendwie nicht... Ich weiß es nicht... Oh gut aber es schwimmt eigentlich bloß ne? Hm... Aber wie willst du das bitte schon steuern? Ha? Mit nem Ruder... So ein riesen Ding... Viel Spaß... Ich würd's da draußen gleich bauen... Weil wenn wir es da vorne bauen und wir können es da nicht bewegen... Ist dann schön und gut wenn wir es hier bewegen können... Aber wenn wir es nicht bewegen können... Haben wir voll vertraut... Ja... Hast du schon echt... Hast du schon echt da... Es ist zwar vielleicht ein bisschen mehr... Also ich weiß es nicht jetzt... Äh... Es kann schon sein... Fürs nächste Mal wissen wir es halt dann ne... Es ist halt jetzt echt viel Aufwand... Ja... So... Und vielleicht du holst die ganze Zeit Holz... Ich weiß nicht... Lass es mal... Lass... 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 Richtig rausfahren... Es wird wahrscheinlich... Ja... Ah... Verdammt wo sind die... Warte ich nehm's mal eins... Das... Wo ist das... Was... Tu mal das Fuß weg... Ach... Da liegt sie... Sie ist unterm Boot... Ja... Habe es... Komm... Es sind auch nur 48... Ist nicht soo... Tragisch jetzt... Denk ich... Das schaffen wir schon... Kann mich jetzt grad nicht bewegen... Ah... Es gibt's... Ja doch... Es ist ne gute Entfernung... Glaub ich... Ja ja... Sehe ich mitten im Wasser... Ja... Das sieht aber nicht so aus... Dass man das irgendwie bewegen könnte... Ja... Eben... Glaub ich immer nicht... Aber es schwebt doch bloß irgendwie... Überm Wasser... Ich fahr grad rückwärts... Ich seh nichts... Joa... Schon ganz gut... Ja... Ja... Ich bin richtig... Stolz jetzt... Dass wir so'n Talle haben... Ja... Endlich... Sieht echt schön aus... Sollen wir die... Nee... Die lassen wir... Komm... Holen wir lieber welche... Und wir könnten ja... Ich guck mal einen Rock hole... Da baue ich ja noch... Hey du hast doch grad einen... Rock... Nicht Lock... Ich baue... Soll ich denn da hinbauen Rocks? Glaub ich auch... Irgendwie da... Ja es wäre eigentlich mal gut ne... Weil ich hab immer so viel... Aber auch Rock brauchst du eigentlich fast kaum ne... Egal... Einer vielleicht... Vielleicht braucht man den nicht noch... Ja... Was braucht man denn? Sticks... Hast du noch vier Sticks? Ich muss grad nur... Also Steine findet man echt viele... Also... Ja... Vielleicht braucht man die später für irgendwas mal... Ein Steinhaus oder so... Ein Steinhaus... Ne ich hab grad keine Sticks... Leider... Ja... Ich hab schon welche... Scheiße... Einen Knochen bräuchte ich noch... Obwohl vielleicht mal... Hätt gern so ne Maschine die automatisch irgendwie Holz sammelt und so... Boah das wär geil... Wär wirklich nice... Okay... Ich hab die große Variante jetzt gebaut... Jetzt brauch nochmal 10 Sticks... Wär aber irgendwie echt cool... Ne gut... Maschinen bauen... Das vielleicht bisschen übertrieben ist... Ja... Das ist immer noch ein Survival-Spiel... Das soll ja irgendwie MacGyver... Wahrstellen... Weißt du... So aus... Kleinigkeiten... Fette Sachen bauen... Und überleben und Survival im Wald... Ne gut... Ja... Ab und zu findet man halt auch so automatische... Äh... So... 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 So Sachen vom Flugzeug halt... Ist klar ne... Aber ähm... Davon kann man wahrscheinlich keine Maschine... Eben... Du kannst aber... Kannst aber... Kannst aber... Kannst aber... Kannst aber... Kannst aber... Achtung... Baum fällt... Ha... Keine Energie hast... Also nicht nur wenn du... Durstig bist... Ah... Ich nehm mir mal so ein... Ach... Da nehm ich aus dem Inventar eins... So und so da... Also doch jetzt... Jetzt wird sich vielleicht mal lohnen... So ein Schlitten... Mittlerweile... Ja... Jetzt ist irgendwie nicht mehr so schlimm ne... Vorher war es richtig schlimm mit den Viechern... Letzte Folge und vorletzte... Ich weiß nicht... Ja... Genau... Aber jetzt... Mittlerweile... Ja... Gehts wieder einigermaßen... Ich... Kannst dann mal bisschen Steine abliefern... Die ist... Die ist jetzt fertig... Also entweder haben wir die jetzt so fertig gemacht... Und fast die Hälfte ausgerottet... Dass wir jetzt erstmal wieder alle Nachwuchs zeugen müssen... Oder... Ich weiß es nicht genau... Ich bin mir grad nicht so... Schlüssig... Ach... Heißt was... Ich wünsche mal kein bisschen mehr... Sticks irgendwie... Tragen... Ja... Die Sticks ist... Was brauchst du denn für Sticks... Du brauchst ja Sticks dafür ne... Ja... Nur Sticks... Aber ich hab gedacht das baue ich schnell hier... Bevor ich da rüber renne... Und... Immer das Stick da runter renne... Aber wer hier ist direkt an der Quelle... Weißt du... Ich helft hier schnell... Da holzen wir zwar jetzt die ganzen kleinen Bäumchen ab... Weil eigentlich wollten wir ja warten... Aber... Geht grad nicht anders... Scheiß drauf... Doch wie schnell das geht... Wenn man zu zweit ist... Ein Stick noch... Dann ist es gut... Gut... Hab ich... Sehr schön... Warte... Jetzt probieren wir es mal aus... Ob das funktioniert... Ah cool... Okay... Man kann das sagen... Ja... Bleib doch mal ruhig... Wie viel... Wie viel passen da rein... Warte... Da unten hatte ich noch zwei... Oder hab ich die... Ach die hast du schon noch... Hä... Wo sind die hin... Was... Was passt das finde ich jetzt... Erdruck... Wieso... Vielleicht sogar verfeindet... Man weiß es ja nicht... Weil man so Kruppen bildet... Vier gegen vier... Oder immer zwei Leute... Ist ja mega geil... Ja... Alter... Wie viel passen da drauf... Ist ja voll nice... Alter... Wieder auch als Pfeil angezeigt... Sehr schön... Wenn man es wieder findet... Ja... Genau... Oh... Ist es wieder schon dunkel... Ein... Ein... Einfällig noch... Dazu hab ich die Energie noch... Ach... Vielleicht sogar noch einen... Wenn du die... Die schnell da rein haulst... Hatte ich missbrauchen... Oh Gott... Was mach ich denn... In die Richtung... Oh... Die rollen allen Berg runter... Oh oh... Ich glaub das geht schnell mit dem... Hausboot... Hab ich eigentlich ein gutes Gefühl... Wenn wir die erstmal dort zum Strand bringen... Ganz gemütlich... Nein... Nicht in die Richtung... Die... Ja genau... Mit dem Lock... Mit dem Schiebding... Zum... Zu uns... Wie passen da noch ein? Ist es voll? Alter... Ist es immer noch... Ja... Okay jetzt... Gut dann nehm ich dir schnell... Wir nehmen das mal mit... Und wir verpissen uns mal... Jetzt hab ich doch lang mehr Schiss... Kommst du damit überhaupt durch die... Oh oh... Haha... Ist schon ein Schiss... Das wäre doch jetzt mega mies... Ich glaube ich komm da nicht durch... Doch komm schon... Scheiße... Shit, Alter... Ach Mist, Alter... Das kann es jetzt nicht sein, oder? Brauchen wir vielleicht doch ein Tor? Ja... Das Tor ist es groß genug... Das dürfte funktionieren... Ach... Scheiße... Scheiße... Das sind du für'n Mongo... Ach seite... Ich hab grad die Palette... Das gedrückt... Hä? Was? Nein! Was? Du hast... Du hast nichts gesehen... Alles gut... Es regnet wieder... Sehr gut... Du hast nichts gesehen... Ich hole sie schnell... Die mir entkommen sind... Ach... Hahaha... Komm schon hin... Ja, dann müssen wir mal vielleicht am Tag vielleicht nur mal kurz umbauen... Das dürfte ja nicht viel... Ja gut, dann ähm... Einer steuert... Oder? Da können wir ja eigentlich weitermachen... Schnell... Oder wollen wir... Ach... Das ist ein Pendier... So... Ich bin da... So jetzt... Ich bin da... Fahrer, mein Meister... Muss in das Haus oder eigentlich? Alter... Ach da hin... Oh Gott... Alter... Entschuldigung... Pass auf... Du hast mir ganz in die Fresse rehen... Okay... Und zurück... Einfach Rückwärtsgang... Du fährst... Ja gut... Ja doch... Perfekt... Nein... Nein... Was machst du? Ja genau... Perfekt... Ja wunderbar... Stopp... Alter... Nein... Die können eigentlich... Die... Bleiben... Sieht der Rock-Holder genauso aus... Wie der... Äh... Der Stick-Holder? Rock... Ja... Kann sein... Das ist ein Schwachsinn... So... Ne... Schaut nicht so aus... Ne... Ich hatte noch einen zweiten Stick... Achso... Ich brauch mal von jedem... Zwei... Gut vom Rock vielleicht... Das ist das... Wie hält denn sowas... Das geht doch gar nicht... Ja... Der hat halt irgendwelche... Achso... Der hat da irgendwelche Löcher reingetan... Und... Ja... Okay... Ja... Die Steine können es nicht tragen... Ja... Das steht auf der Spitze... Wenn es andersrum wäre... Okay... Aber... Das verstehe ich jetzt nicht so ganz... Das steht auf... Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja... Hallo... Das ist ein Spiel... Der ist nicht so billig... Dingelig... Dann nehm... Dann nehm... Dann nehm ich jetzt einfach noch einen von hier... Dann fahren wir noch einmal... Ui... Go... Ach Gott... Irgendwie hört sich hier das Regen anders an... Kann das sein? Ne... Ja... Hm... Heißer... Ja... Hörste auf... Hörste auf... Ja... Entschuldigo... Was fahre ich rückgessen? Nein... 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 Jetzt komm... Es funktioniert richtig gut, man... Hier... Alter... Voll geil, man... Voll die Save-It-Soup... Vielleicht... Ich hätte es mir ein bisschen größer vorgestellt... Das Hausboot... Das ist im Witz eigentlich... Vielleicht kann man dann auch irgendwie äh... Es erweitern... Mit normalen Wänden... Ich weiß nicht... Gucken wir mal... Ok direkt leider... Ich bin noch drauf... Du bist perfekt gefahren... Ich konnte... Du musst ja nicht mehr absteigen... Das war ideal, man... Ich schau dann mal... Ob dann da noch die Fische da sind... Wo wir die mal gefischt haben... Kann ja nicht... Nicht schaden... Waren zurück... Ja... Ich wäre eigentlich... Anker... Das ist so ein fetter Anker... Da muss doch bestimmt... Irgendwo hier so ein fettes Schiff sein... Oder so... Ich mein... Wie kommt sonst hier so ein fetter Anker hin? Stimmt eigentlich, ja... Alter... Jetzt hast du voll verkackt... Na gut, ähm... Jetzt würde ich eigentlich die Folge wenden... Oder? Ok... Bleib mal hier stehen, oder? Jo... Bleib mal hier so stehen... Dann... Danke wieder fürs Zuschauen... Und dann sieht man sich wieder... Tschüss... Ciao... Ciao... Deng